um und herz Willkommen zurück zu einer Weitere-Volgemeinschaft zu Gäser jetzt nach einem kurzen Fail den wir vorhin hatten mit dieser gestern ja und was war gestern das wird sie wissen es ist nicht immer noch ein ach genau der Dabbaus ist auch dabei er kann man er darf und er ist nicht warum sie so viel tun hat das war es nicht als er war den Tod wieder alles weg machen in was die Tode weil er nach seiner Folge es nach ich bin ja kein Arsch selbst vor Ort Players der Klamm nun aber egal ich bin aufnahme Pläne ist Prozent der Regen muss Dabi Basti die Tode wie viel Prozent er hat so gewertet aber sie machen und sie haben gehört 22 Tode sechs jetzt hat er kommt jetzt hat jeder sechs Tode weil es und das umher absichtlich ist es mir gerade ist aufgefallen so um kommst du ich habe ja kein Op nicht stimmt ich muss Opel Prozent ja hier ist keiner Opelgast so jetzt ist es aber Op Opelgast ich habe ich bin zu Zocker so jetzt habe ich euch op-t so ich sollte mich mal eben sortieren weil ich hab wir hatten halt den Fail und da wurden bald immer zu der Stelle wo wir also wir haben aufgenommen und wir wurden immer wenn wir vom Server nach Lex Rejoint sind umweilt man die Stelle wo wir in der letzten richtigen Folge die auch jetzt also in der letzten Folge waren der Engel gebracht und waren auch wieder im gleichen Game und ich hatten die gleichen Sachen im Winter und ich weiß die Sachen weil ich hier abgebaut habe in der Kiste es hat genau Bomber als hier rein und dadurch konnte ich halt die Sachen außerdem verdoppeln das habe ich gerade mal in der gemacht wie da das müssen weil ich auch gerade nicht sortiert ich bin ganz oben von Toten her es kann sein dass er bei mir den die Töne hört vielleicht was nicht hat man so so halbwegs um hier den anderen weil er hier auch hinten auch noch mal die Blödergast haben ein Bett holen heilig und ach genau und ich hab jetzt die Schilder dran gemacht mit Farbe aber was ist mir eingefallen ist ich muss das eigentlich anders machen mit den Schildern dass ich aber nach auch noch mal machen wahrscheinlich ich wollte eigentlich ziehen und dann heißt euren Namen schreiben boah jetzt ein bisschen deine Lecken wegen der Hitze ich hab grad 33 FPS ungefähr und ich sollte gleich mit meinem Stuhl höher ich sehe nämlich sonst nix auf meinem Bildschirm also ich versuche erst mal Geld zu sparen wäre es da eigentlich was wäre der Lieber erst mal das Geld für neuen PC oder mehr für den neuen Server ist nie also musst du wissen als was dir lieber also was du willst und mehr als erpftet mehr aber naja wir wollen ja auch bis mein Gott warm machen warum ja so wie warum genau toll dass das in der Folge sagt das Katja rausschneiden ja ist mir eigentlich egal weil ich will halt dass du auch ein von den Rechners aber ich will auch nicht da so ein Arsch sein also und die Wochen trotzdem Server und jetzt sehe ich dank der Sonne nix ich mag dich eigentlich so wenn der Anker weg ist bei der Nacht nicht selber wer den ersten er sich welche Folge das war als er dafür ich hab den so er wirkt fast vor gut er hat mich immer mit einem Spaß ist ja und du weißt wenn ich das mache ist es ja meistens ein Scherz aber wenn es auch was sie hat mich trotzdem auch ein bisschen ja aber bei mir ich dachte ja auch immer dass es ein Spaß ist weil das ist halt mal auch ein witziger Name Naja mein Bruder hat sich ausgedeckt ich war fand den auch schon ein bisschen scheiße also ich war auch nicht so gerade der Meinung ich glaube ich hab das und dafür möchte ich mir auch entschuldigen ich glaube ich hab das sogar in irgendeiner Folge gesagt gut dass er da wie Spaß sie nicht da ist das meint ich da aber auch nicht ernst weil ich will halt mit auch ein bisschen Fanny zwischendurch sein und Jamg hat sich halt schlapp gelacht Naja ich fand es nicht kurz so ja die Folge war ja noch nicht mal raus also sich um einen zu meinen den Generator dafür es sei ein Generator weil es gibt mir ja immer schon verstehe mit Schmerzen weil der ist die Kirche und Bruder mit Beleidigen und deswegen gut dass du es mir sagst wird auch bei mir zumindest vielleicht mal aus Versehen so dass ich sag ja da habe ich fast nicht oder so was halt war immer aus Versehen aber es wird jetzt nicht mehr irgendwie kommen von wegen ja guck mal da ist er da nicht passt die wieder Tränen warte ich muss ja eben hier das mit Color machen Color Green okay das sieht gut aus ets und dann Dabi Basti und das soll einmal in um das war jetzt was ich suche mal eben was woher jetzt letztens mit nachtig war wenn man nicht um was brauchst du eine Spitzhacke hier und so reisen natürlich Eisen doch sicher was anderes als Eisen in der Stadt auch scheiße hat gerade aus diesem Verbrauch naja und so bleibt und was ist durch Koordinat ist das jetzt mal das ist die hintere und das ist die und die Gt-Mieners-Bereich es werden wo es mir das einsteigen was ich höre ich Spack so leicht so kann man da wie was die wie findest du das Kuh ist das und der Farb okay oder sich die doch ein bisschen anders machen wissen anders und welche Farbe soll David Basti dann sein so sagen Sammel Blau ach genau Geld Jelus auch eine Kulidee oder sieht sich gut aus so was er Minus 1 7 Oben und David Basti unten machen sie hat immer erst auf Seite Herr muss man das so machen eigentlich weil ich das nun kommt noch noch der Ausfahrer ich nicht auch die Egeist bei Zeit so kommt man ja so oder doch noch eine andere Farbe ja es ist gut aber ich werde die hier oben und in der Mitte der Basti Warte oder das hier was ich hab noch eine Kulidee schon dass ich das jetzt so umbau macht kurz eben aber das soll hier oder so guck mal dass sie am besten ausfällig dass gerade ein Button von mir eingesammelt den bitte gleich einmal zu werfen wieder welchen so hat den Knopf so ich gehe mal eben wieder mal danke ähm Team äh ja mk 22 so ach wie gut dass ich mal eben nur ein paar hier guck mal hey warum hat ach ich bin so hohl ich bin so hohl wäre auch klug wenn ich die richtige Koordinaten nehme oder ja das stimmt also ich werde jetzt so richtig sparen um meinen neuen PC zu kriegen jo also werden heißen zwar zwischendurchsend zwar mitbezahlst natürlich aber ich zwinge dich auch nicht das wer ja unmenschlich so Team Yamcha und einmal Team Item C sie und bei mir kommt und was ist auch noch ein Bett haben den Titel oder steht ihr überhaupt ja kommt da noch ab so ich muss ein Mann Edmund Red machen so ein dunkles Rot und dann hier wird schon zu sehen aber dann wieder neue Minecraft kommen wenn ich wieder neuen PC hat so scheiße um wenn wir die Katzen halten kommt von einem Bruder ja noch nutzt das macht ihr kommt ich weiß ja ich werde da die Bastian ist möglich sagt ein Bruder der Säßigte einmal einloggen und die Sicherheitsfragen machen er hat gesagt er weiß nicht nur wie es geht nur so er hat und dann soll er beim nächsten Skype kommen dann erklärt das so ich sollte mal eben noch mal kurz und kräftest um eine Sache wegschmeißen die Betriebe die haben sie die Kommandplatz manches jetzt mal guck mal das sieht doch der Rest den Boden bei den Gassers Holz machen genau und ich mir kam noch nie die der Holz geben ich hab jetzt hier 8 so das ist alles Holzer sich gerade noch ab zu uns von dem Holz sein kommt jeder habe ich gerade schon untergesprungen sind ja sechs Tore das war nicht nice das und was was ich hatte weil ich Sammo oben schon eine Farm hinbauen habe ich die Zepplings Juk ich baue mal eben oben eine Farm hin kurz so eine ein Baum eben also ich beziehungsweise ich setze hier einfach mal eben Pappen äh soll man nicht so weiter ne oder äh so ach ich sollte aus dem Adventure raus oder ja weil im Adventure kann man nicht abbauen aber was ist wenn er die Koordinaten da auch nicht mehr so richtig weiße dann es nicht funktionieren will ja dann da muss er sich in seine E-Mail-Adresse einloggen und kann die zurücksetzen aber das muss man jetzt nicht in der Folge besprechen und merkt ihr mal wir hatten sind haben von noch zehn Minuten knapp was für die Folge ja ja so ungefähr weil ich weiß ich hab zehn nach und auf die Uhr geguckt nicht wir haben es dann auch 15 oder 2 2 um 30 30 und 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 ich sollte ich meine Tode weg machen oder eine weil ich hab wir haben uns nämlich halt in dieser Welt muss da haben uns halt auch mehrfach getötet was halt nicht im Skorbet jetzt alles steht nicht soll ich mal eben dann ganz Tode hier wegmachen so ein Teil der Sektion die so 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 ich muss mal eben nach unten noch mal und man konnte die server IP sehen fuck weil die kann man jetzt halt immer bei den Waypoints leider sehen weil die oben steht egal kann äh kann ich dann später auch mein Bett umstellen oder so und ja aber lass jetzt erst mal da stehen weil ich möchte halt dass sie nachher ein bisschen was schön ab ein ein ich habe ich schon ins ja jetzt noch was geht es dann war ich noch ein paar Fackeln das nur Jo ich will noch genug wohl da war er aus dem Ofen genommen ok gut dass mich daran erinnert das haben noch wie viel Eisen haben noch acht Stück ich weiß nicht hab gar nichts das automatische Ofensystem das könnte ich demnächst auch mal Bonn dafür bräuchte ich noch mehr Eisen du weißt was ich dann schon mal mach ich baue dann hier also nicht wundert guck mal auch schade das war ganz so ein geiler leck so warte eins zwei eins alles was ich hier aufskoben hab brauchen wir noch also nicht zu machen ach so oh da soll das automatische Ofensystem rein aus deswegen habe ich hier schon mal vorbereitet eben warte ich hab noch drei Steine genau gehabt war drei so deswegen hebe ich das hier schon mal aus soll ich den ne sind doch nur drei tief ich hab das doch sofort alles so was soll ich mir jetzt machen es gibt sie um warte um Boden entweder oder du kannst Holz suchen gehen was Boden was als wäre hier den Boden hier noch mal die Wände alle Bisse aus Kabel ja mal ich kann ich weiß mal Boden okay ja aus dem Holz das du hast noch ja dann kein Boden erstmal dann ist das erst mal überflüssig er wird ich brauche ich dann trotzdem noch mal wieder in den Spitzen da ist wieder bei Trott so nicht wundern dass ich das hier mal im Zug macht hat er hat es mir raten Ah ne sagen wir mal nach nach der Folge was na das war gerade wieder was mit die Zielsetzung ich sage mal dann ups ich bin grad drei weil ich sie bei Erden geht leicht abzubauen naja das da wollte ich gleich Kabel zum Hinsetzen es in dem ich das auch einmal hier aus der kleine Koppelstunde und diesen Nenzen sei ich Kabel es ist eigentlich Koppel Kabel Koppel ist doch scheißegal finde ich zumindest scheißegal ist so ich mach dann hier einmal eben dass das mit der Wand passt oh es leckt es leckt oh ne ne was denn es leckt was ist das das heißt naaa nicht direkt ah ne das könnte ich jetzt an meinem Rechner doch grad liegen dass es leckt wenn ich gleich ein brauchst du Koppel warte krieg ich jetzt einen Schreikrampf krieg ich jetzt einen Schreikrampf warte ach ne gut dann doch nicht ich würde sagen warte mal eben warte nichts machen beende ich mal hier die Folge bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal im nächsten Mal Vielen Dank.